Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu dem aktuellen Update News präsentiert von euren So, da fangen wir auch schon an. Es wurde ein neues Update hochgeladen, ein Publisher-Test von 0.1.2.0. Ja, es ist ein Code eingefügt worden, also man kann ihn runterladen, man muss es nicht. So, es wird auch gesagt, wo man die Spielstände vorsichtshalber vorher speichert, falls was schief geht, man muss es ja nicht machen. So, die aktuellen hinzugefügten Sachen sind Lieferanten, wurden neue Artikel hinzugefügt. Dann haben wir, wurden Sprachen hinzugefügt, russische Sprache, japanische Sprache, französisch, portugiesisch, tschechisch, türkisch. So, Löschen, Ende, Startseite und so weiter zu Schlüsselbindungen hinzugefügt. Fässer zum Salzen in der Jagdhütte und Fischerhütte 1 jeweils. Die Möglichkeiten, gesalzenen, getrockneten Fisch in einer Fischerhütte zu produzieren. Die Fähigkeiten, die Produktionseffizienz von Fisch, gesalzenem Fisch und getrockneten Fisch in der Fischerhütte zu kontrollieren. Die Möglichkeit, gesalzenes, getrocknetes Fleisch in einen Jagdschluss herzustellen. Die Fertigkeiten, die Sammlungseffizienz von Ton, Salz, Gestein und Kalkschein im Aushubschuppen zu kontrollieren. Die Fertigkeiten, die Sammlungseffizienz von Gestein, Salz und Eisen in Minen zu kontrollieren. Die Fertigkeiten, die Produktionseffizienz von Fleisch, gesalzenem Fleisch, getrockneten Fleisch, Leder, Federn, Pilze, Bären in der Jagdhütte zu kontrollieren. Aha. Die Möglichkeit, Bretter in einen Holzschuppen herzustellen. Die Fähigkeit, die Produktionseffizienz von Stämmen, Stöckern, Brennholz und Brettern im Holzschuppen zu kontrollieren. So, Festworte neue Optimierung der Ladezeit der Karte. Verschiedene Questkorrekturen. Messerpositionen für Jägerinnen beim Häuten von Tieren. Fackelpositionen zum Patrouillieren weiblicher NPCs. Zahlreiche Korrekturen beim Aktualisieren des Produktionsstatus von Artikeln. Generische Quests werden nach dem Laden des Spiels belohnt. Aha. Münzen haben einen anderen Zustand als 100% und sind nicht stapelbar. Ich weiß zwar nicht, was heißt nicht stapelbar. Das Questziel mit der Zuweisung von Bauern zur Arbeit wird bei objektivem Start nicht aktualisiert. Mhm. Weiterungsaktualisierung für NPCs. NPCs, die im Sitzen oder Schlafen stecken bleiben, sollte seltener vorkommen. Kesselbasteln-Animationen. Herdbasteln-Animationen. Spielerposition beim Basteln am Herd. Wiederherstellung des Brennholzzustands beim Ausrüsten. So. Aktualisiert haben sie die Quest. Nachtäulen wurde geändert, sodass sie immer etwas Gold für den Abschluss gibt. Animation zum Sitzen von Schweinen und Ferkeln, damit sie nicht mehr aus dem Schweinestall herausragen. Reduzierter Ausdauerverbrauch beim Laufen. Oh. Reduzierter Ausdauerverbrauch im Inspektormodus. Das hört sich ja gut an. Anbieter haben jetzt eine zufällige Anzahl von Artikeln. Also nicht mehr das Vorgegebene, wie es vorher immer war. Die Kapazität zur Lagerung von Ressourcen und Lebensmittelworte erhöht. Mhm. So. Die Jagdhütte produziert je nach Jahreszeit zufällig Pilze. Ne, Jagdschloss. Das Jagdschloss produziert je nach Jahreszeit zufällig Pilze. Geschlechtsspezifische Dialoge, möglicherweise nicht in allen Sprachen relevant. So, dann haben sie die polnische Übersetzung aktualisiert, die deutsche und spanische. Der Schieble-Regler Wirkpower, die Produktion für jeden Beruf in den Gebäude-Details auf der Registerkarte Management. Mhm. Die Herstellung von Brennholz. In der, äh, ich habe Wutscher stehen. Äh, ja, äh, ich komme gerade nicht drauf in den Holzschuppen. Verbrauchtholz. Ja, ist klar. Sätze und Sterblichkeit für NPCs aus Nichtspielerdörfern vorübergehend. Sätze und Sterblichkeit. Mhm. Pillende Original-MPCs in Nachbardörfern wiederhergestellt. Vorübergehend. Mhm. Einige Gebäudemodule haben neue Ressourcenkosten. Erfordern Dealen. Mhm. Hm. Die Dorfbewohner nehmen Essen und Brennholz aus lokalen Truhen in ihren Häusern. Ah. Wenn sie nichts in der Truhe befindet, nehmen sie es aus den Lebensmittel- und Ressourcenlagern. Verdoppelt die Menge an Ressourcen, die NPCs aus Nutztieren produzieren. Die Reichweite der Sperre wurde um die Hälfte reduziert. Das ist ja oben. Die Reichweite der Armbrust wurde um das 1,5-fache erhöht. Der Armbruchsschaden wurde von 55 auf 70 erhöht. Der Bogenschaden wurde von 25 auf 35 erhöht. Der Bekürfbogenschaden wurde von 50 auf 45 verringert. Der Schaden von Holzsperren wurde von 25 auf 15 verringert. Der Schaden von Steinsperren wurde von 50 auf 25 verringert. Der Schaden von Eisensperren wurde von 75 auf 40 verringert. Die Haltbarkeit der Holzsperre wurde von 3 auf 4 Anwendungen erhöht. Die Haltbarkeit von Steinsperren wurde von 6 auf 8 Anwendungen erhöht. Die Haltbarkeit von Eisensperren wurde von 12 auf 16 Anwendungen erhöht. Wiesent und Bären-HP wurde um das 2-fache erhöht. Oh, ja gut, die Wiesent waren immer leicht zu töten. Die Dorfbewohner essen nach Nährwert. Je höher der Nährwert, desto höher die Priorität. Wenn der Nährwert gleich ist, wird das Lebensmittel mit dem geringsten Zustand ausgewählt. Der Holzwert ist jetzt in den Artikel-Details sichtbar. Senkung der Reparationsgrenze der Dynastie für die nächsten Einwohner. Aha, gut. Das waren schon die Update-News, die aktuellen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Bis dahin, sagt euer Mechi. Bye, bye.